Halli und lo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT. Mit dabei der liebe Pupa, der parallel auch am Aufnehmen ist. Der liebe Fleiß, auch am Aufnehmen parallel. Dann kommt natürlich die Dame zuerst, Celine. Hallo, mit am Start. Ich dachte, du meinst jetzt Lars. Ja, ich wollte zuerst Lars sagen. Den nenne ich jetzt. Hallo Lars. Das Beste kommt zum Schluss. Ähm, genau, das Beste kommt zum Schluss. Mit dabei sind dann noch weiter die süße und liebevolle Denise. Hallo, ich bin deine Prinzessin. Genau, und die süße Bella. Hallo, das Beste zum Schluss. Ja, also nochmal ich. Ey, Celine lacht mich aus, darf ich sie killen? Ey, what the fuck? Ey, Bella hat auf mich geschossen, obwohl ich gesagt hab die Süße. So, sorry. Wie ist Inno? Inno. Boah, ich hab ne scheiß Waffe gekriegt. Kupa ist Inno. Ja, du und Inno, Alter. Dennis ist es. Naja. Auch nicht. Den einzigsten, den ich jetzt glaube, wenn ich ihm im Weg laufe, ist Koopa und Fleisch, weil die immer... Boah, das ist ja genau das klappte Woche. Dennis? Dennis, lass mich. Dennis, schieß auf mich. Ich hab doch gesagt, Dennis ist es. Ja. Okay, ja. Was, Dennis ist es? Ja. Ja, wie immer. Ja, wie immer. Lall, du hast ihn gemacht? Ey, das Ding ist, die Mucke beruhigt mich nicht. Ja, doch, Micha. Ne, mich macht ja aggressiv, ja. Und Lars ist es definitiv nicht? Naja. Ja, Dennis gezählt. Ja und, das heißt ja nix. Naja, aber das ist halt schon mal ein Anfang, ne? Wurde Dennis confirmed? Äh, ich glaub ja. Ja bitte. Was machst du da? Den und sie? Warum? Warum ist... Warum ist... Ähm... Lars, wieso bist du... Ähm... Ich bin hört, weil... Ne, das mein ich nicht. Du bist in ner Mauer bei mir. Hex! 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 Heger! Heger! Leute, nein, ganz ehrlich, kommt mal her, bitte! Heger! Wo bist'n du? Hallo! Okay! Was ist gay? Hallo? Hex! Hex, wer ist das? Ich. Ja, ich komm da nicht mehr raus und jetzt ist es auf einmal weg, wird's nicht verarschen! Ich hab Connection-Problemen. Ihr habt mir krank gehabt. Auf mich wurde geschossen. Ey, so gesagt, Connection-Problemen. Ich, ich glaub, Leute, ich weiß ja nicht, aber ich glaube Lars ist es. Kann man da rein? Ich bin rausgeflogen. Hm. Was? Deswegen sag ich ja, Lars ist rausgeflogen. Ich glaube, Lars ist es. Ja bitte. Also, dann seid ruhig. Hallo? Hallo? Dennis ist übrigens tot durch mich. Alter, was? Blaze, Blaze! AHHHHH! Du wüsst es, oder? Ich weiß es nicht. Bist du wohin? Bella ist es! Bella ist es! Ey, Bella ist es! Ich bin das wirklich nicht! Bella ist es. Glaub ihm kein Wort, Nina. Bella ist es. Bella. Glaub Nina, kein Wort. Sie ist es. Nein! Hahaha! Bella! Why? Nein! Was ist das für ein Kackspiel? Ich hab den Leiche gesehen und dachte, Scheiße! Das war Dennis! Lars hat ihn erschossen! Lars hat ihn erschossen! Er hat auf mich geschossen, dann hab ich ihn erschossen. Geil! Verdammt, ey, es tut mir so leid. Ich war verwirrt. Ich war verwirrt. Cooper? Ja? Wie süß, ich war verwirrt. Zum Thema, du hast ihn gemacht. Ich stand vor ihm mit der Scout, geb ihm zwei Headshots und er ist nicht mal Half-Life. Lol. Ja, okay, das hab ich aber auch manchmal, ne? Ich dachte, hä? Ich guck Lars an, ich sag, what the fuck, was ist denn mit dem? Er hängt halbwegs, weißt du? Mit dem Kopf hängt er im Glas drin und mit dem Arsch hängt er draußen? Ja, ich kann ihn mal raus. Ja, das ist seine Lieblingsstellung. Ja, das ist seine Lieblingsstellung. Ja. Das ist seine Lieblingsstellung. Warum weißt du das? Oh, Lars ist wie ein offenes Buch für mich. Oh, ist doch ekelhaft. Ey, hallo, für mich ein offenes Buch, für andere, naja. Bist du halt mein Buch, Lieber, aber? Ist ekelhaft. Ja, sagt das Lars. Ich will nicht wissen, was ihr beide treibt. Ich treib's nicht mit ihm. Hinkernickel. Ne, ne, lass mal. Wer schießt ihr? Hallo? Okay, er hat auf mich geschossen und ne Granate geschmissen. Wer, wer, wer? Nein, hier, Quintentental oder wieder so. Was? Quintentental. Quintentental. Kontinental, Hilfe! Vergiftet! Irgendeiner hat mich vergiftet. Ja, Cooper, toll. Ich war's nicht. Ich war's wirklich nicht. Wer ist vergiftet? Ich? Wirklich nicht. Wer ist ich? Ich. Scheiß. Ich hab grad so viele Leute gesehen, ich weiß noch mal nicht. Das war sie vielleicht, aber ich war's nicht. Oh, wer ist das hier? Hi. Ich bin's, Ned. Oh nein, ich bin vergiftet. Ich sterbe. Wer war das? Keine Ahnung, aber bei mir in der Nähe ist, äh, 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 äh. Du kannst es nicht gewesen sein. Genau, vergiftet. Tschüss. Tschüss, Elisa. Oh Mann! Achso, tschüss. Achso, ich von Fermi. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, Lars ist es. Der nimmt die noch mit. Warte schon! Wer, wer, wer war das? Oh Leute. Warum hast du mich denn noch umgebracht? Ich wär das sowieso gestorben. Ja, aber ich wollte eigentlich auf irgendwen schießen. Ich hab nicht auf den Namen geachtet. Ich hab Lars halt nicht gehabt. So, wer hat mich jetzt vergiftet? Der Cooper. Also Lars war's nicht. Ich hab nicht vergiftet. Nein! War Eno. Oh sei froh, ich wollte dich eigentlich gerade umbringen, weil ich gedacht hab, du wärst es gewesen. Aber dann hat Cooper mich umgebracht. Also ich hab aber nicht vergiftet. Wer hat nicht vergiftet? Ich, 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 ich war zwar Twitter, aber ich weiß nicht wie das Menü aufgeht. Immer noch. Ich hab immer noch Probleme. Das ist eine Standardausrede. Also eigentlich bei jedem auf C. Ich hab's geändert, C ist bei mir ducken. Ja, dann versuch doch einfach mal die Tastenkombination rauszufinden, indem du einfach mal... Ja, bloß wenn ich Twitter bin, dann trau ich mich nicht zu drücken. Ja, dann guck doch jetzt, dass du das Menü eingestellt hast. Ja, hab ich schon geguckt, ich weiß wo sie ist, glaub ich. Aber ich hab's doch nicht ausprobiert. Ja, aber wer hat mich denn jetzt eben vergiftet? Ich war's nicht. Ich war's wirklich nicht. Ich war's. Ja, also doch Cooper, sag ich doch. Nein, nein, ich war's doch nicht. Ja, doch. Na Bella, Bella. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Na Bella? Auf mich wird geschossen. Hilfe, Hilfe! Ich wird geschossen. Du hast es verdient. Ich steh oben aufm Haus. Irgendeine Sniper hat auf mich geschossen. Fleiß? Oder Fleiß? Ey. Ey, da vorne läuft das Fleisch rum. Da ist ne Leiter im Haus. So, jetzt hab ich wieder Hunger. Ihr habt was auf mich geschossen. Wieso wieder? Hast du schon gefragt? Ey, hier hat eine Molotow-Cocktail geschmissen. Ja, das war ich. Ach du Dreck-Sau, Alter. Ey, ey, ey. Warum ist es dunkel? Hilfe! Das Licht wird ausgemacht. Hilfe. Schau auf. Jetzt kommt der Slenderman. Tommi, warum guckst du so auf mich? Ja, weil ich dir jetzt nicht mehr trau. Du hast da direkt ne Molotow-Cocktail runtergeschmissen. Auf mich wurde geschossen. Wie geht denn das? Was ist das? Hey. WTF? Wer schießt auf dich, Tommi? Party. Ja, ein Liter. Ein Liter. Ein Liter, ein Liter. Was? Hey, ich wurde angeschossen. Ja, du hast auf mich geschossen. Jetzt hör auf zu lügen. Was? Tommi ist richtig verwirrt. Hey, wer ist das? Lars? Hey, hallo? Hallo? Hey, wer ist da? Warum kann ich da nicht rein? Hi. Wer ist da? Fly ist weg. Hi. Hallo? Hey, Dennis. Ja, bitte? Pick a poison gun. Ich? Ja, ich hab's gesehen. Wie poison gun. Ja, du hattest ne poison gun. Ja, du hattest ne poison gun. Ja, und du hattest grad noch ne poison gun in der Hand. Hä? Was laberst du? Doch, du hattest grad ne poison gun in der Hand. Was laberst du? Geh, der versucht jeden zu verarschen. Dann schieß mal damit. Ja, bleib stehen? Ne, schieß mal. Also es ist Dennis, sagst du? Diesmal. Schieß mal Dennis. Ja, Dennis ist es. Ich hab doch ne Scheiße hier drinnen. Ich hab doch ne Scheiße hier drinnen. Was heißt? Ja, sie ist tot wahrscheinlich. Das heißt. Ja, ist mir schon klar. Aber wer war in der Nähe? Weiß ich nicht. Warum nicht? Warum weißt du das nicht? Dennis. Ja, bitte? Schicke poison gun. Ich hab keine poison gun. Natürlich war das ne poison gun. Und ein schicker crossbow. Der lügt. Wo ist denn jetzt Nina? Nina ist gestorben. Ja, aber wo? Nice. Wer auch immer da Dennis gemacht hat, good job. Wer war's? Ey, was ballert ihr da hinten? Hilfe! Wer schießt auf wen? Tommy? Ja, Celine ballert auf Tommy. Okay. Aber sie muss auch low sein. Ja, ich hab sie gesehen. Sie ist rot. Jetzt habt ihr gemeinsam Tommy gemacht, ne? Ihr Schweine. Wer ist... Wer ist gemeinsam? Ja, du und Celine. Ich hab euch beide gesehen. WTF? Ich hab Celine nicht mal gesehen, du Lappen. Guck mir diese Anschuldigungen hier. Boah, du Wich... Junge! Ist sie die? Ne, die gibt's nicht mehr. Wokuba. Ja, bitte. I hate you. Warum? Brauch ich dafür noch nen Grund? Ja, du bist Traitor. Ne. Du? Du bist Traitor, alter. Du bist Traitor, laber mich nicht voll. Junge, nur noch wir beide leben. Ja und? Du bist trotzdem Traitor. Du bist trotzdem Traitor. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Ja. Komm doch noch mal raus. Komm du doch raus. Dasselbe wie ich. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Ey, hast du keine Radar? Bist du doof? Nö. Auf den Radar! Auf den Radar! Lähde Ich hasse diese blöden Traitor Nina, guck mal links Nein, guck nicht In die Richtung Ich würd dir ja hinpingen, aber wir sind nicht bei Rainbow Ey Wo hätten die Fremden? Aua Ob du blöd bist, hab ich dich nicht gefragt Ich hab ja auch noch daneben geschossen Lappen Da hab ich'n Problem Wie immer. Ey, Cooper. Ja, bitte. Wie kriegst du eigentlich deinen PC an ohne Hände? Sagst du? Im Ernst? Du hast Nina schon wieder umgebracht. Nee. Du Hoden. Er hat halt auch eine Sniper, was soll ich gemacht? Aber ich hab ihn zumindest angehättet. Ey, ich hab dich nicht umgebracht, Nina. Doch, hast du. Ey, wann das denn? Hast du? Ja. Mit dem Crossbow noch, oder was? Ja, das Ding ist, ähm, der Schuss ging durch die Wand. Achso, ja, bei mir ging der nämlich gegen diesen Klotz. Ja. Ey, warum bezeichnest du Nina als Klotz? Finde ich jetzt nicht praktisch von dir. Damit war ja nicht Nina gemeint. Ja, ich hätte es auch gesagt. Ja. Mann, 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 Cooper, ey. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, ob ich das als Kompliment geben soll oder nicht. Bist du wie der Trait, ja? Ja. Ja, natürlich. Also ich wollte gerade Dennis wechseln fahren, weil ich Cooper echt geklappt und dann kommt sie von hinten runter und erschießt mich. Die Drecksau. Ich hab ja auch die Wahrheit gesagt. Voll in den Rücken. Ich hab die Wahrheit gemacht. Und jetzt den Preis haben, sagt einmal die Wahrheit. Aber Dennis, du hattest ne Poison Gun, ne? Natürlich. Du trägst trotzdem den Penis Award. Aber ich wusste, dass es Fleiß ist, nachdem ich erschossen worden ist. Nachdem ich erschossen bin und er an Celine vorbeigelaufen ist. Wann bin ich an Celine vorbeigelaufen? LEL! Wieder da. LEL! Die Frage ist, wer war zuletzt bei Celine? Ey, ey, Lars, Lars! Lars, das ist... Wo ist Lars? Boah! Mann, müsst ihr immer so schnell ausrasten? Bleib doch mal geschmeidig jetzt. Ich hab ein Problem, ich komm hier nicht raus. Ich weiß nicht, wo du bist. In der Ecke. Ach, hinten hinterm Zaun? Ja. Ja, warte, ich helf dir. Kannst du mich rausholen? Ja, du kommst da raus. Ich zeig dir, wie. Ja, guck mal, tut er mich jetzt bestimmt. Nein, ich kill dich wirklich nicht. Ich zeig dir, wie du da rauskommst. Weil da war ich eben auch. Hier, du hörst meine Steps, ne? Ja, guck mal, du musst einfach hier drauf springen. Hier, oben. Spring erst auf die kleine Mauer und dann auf die große. Kann ich auf die kleine Mauer drauf? Doch. Nein! Doch, das geht. Nein, ich kann da nicht drauf. Hä? Guck doch, hier. Das geht nicht. Wer ist denn da? Aua. Lolle, ey. Hey, ich hab ihn nicht getötet. Ich auch nicht. Das war ich mit dem Messer. Ja. Warum sagst du an Cooper? Wie war's denn? Also Lars, jemanden zu töten, der eingeklemmt ist, das ist recht leicht. Hm. Ja. Ja. Sagen wir uns mal zu, was werden wir machen sollen. Da kann die Waffe wechseln. Vielleicht den erst mal warten, um zu gucken, ob er von alleine da rauskommt. Dann beim nächsten Mal. Dann beim nächsten Mal. Oder ihn halt so ein bisschen leiden lassen. Nee, man kommt da nicht raus. Boah. Doch, man kommt da raus. Ich kann da jetzt hin. Ja, Cooper ist da auch rausgekommen. Ich kannte da, aber ich hab die Waffe draufgekommen. Boah, Lars, du Fettsack, Alter. Danke. Bitte. Du auch. Gleich ist es. Ja, genau. Leil. Ja, ja, so verdächtig, wie du mir hinterher laufst. Läufst. Ja, ganz ehrlich, jetzt hast du ein Wunder, nachdem du uns eben so behindert weggemacht hast? Ja, Mann. Ja, Cooper ist eingesperrt. Ich finde, Lars, das ist um den Weg. Ich hab voll veraimt, ey. Das darfst du eigentlich gar keinen zeigen. Lars, Lars muss ich eigentlich Dirty Little Stitch nennen. Schade. Blell. Ey, ich bin hier eben auch rausgekommen. Und Celine nennt sich ich Clem. Ja, du kommst aber nicht raus. Na, wie? Clem. Na, es geht um die Ecke, wo der Tufer drin ist. Der kommt da nicht raus. Was ist das? Oh. Aber ich war hier vorhin auch und da bin ich hier auch rausgekommen. Ja, war aber schon eine andere Ecke. Die ist so klein, ne? Äh, hast du eine Disco? Äh. Was ist denn das? Blell. Ja. Na, ja, Fleiß ist es. Besorg mal schnell eine Disco. Schnell, Dennis. Wer ist denn jetzt hier? Gut gemacht, Dennis. Ich bin stolz auf dich. Ja, Fleiß ist es. Gut gemacht, Dennis. Ich bin stolz auf dich. Der Auto? Ich helfe dir so gut ich kann, Dennis. Die ist hier ins Haus gegangen, Dennis. Schieße nicht auf mich. Lass mich in Ruhe. Wer ist das denn jetzt noch alles? Selino. Also, Dirty Little Snitch ist es. Wer noch? Wer ist denn die einzige? Wahrscheinlich Nina. Nee. Wurde geschossen. Ich hab sogar einen Hit kassiert. Na? Na? Rück ab! Was? Wieso? Ich hab keinen Grund dafür. Ja, das glaub ich dir nicht. Ja, schön. Ich glaub dir auch nicht. Ich hab keinen Grund dafür. So lange komm zurück. Ey. Nee, ich glaub dir nicht. Ich bin hier. Ob du doof bist, hab ich dich nicht gefragt. Hilfe, Mädels. Hinten am Zaun, wo Dennis hing. Ich brauch Hilfe. Ganz schnell. Junge, stirbt doch. Nein. Geh bitte weg. Nein. Danke. Bene. Boah, ihr seid echt kacke. Wow, danke. Ohne Witz. Läuft doch. Danke, Tommy. Das war's schon wieder, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.